Louis Hon war ein französischer Fußballspieler und Trainer. Spielerkarriere. Der Mittelläufer, der als jugendlicher Drum-Regionalmeister im Kugelstoßen geworden war und überhaupt erst mit 18 Jahren regelmäßig Fußball spielte. War zwischen 1950 und 1953 und damit sechs Jahre vor Raymond Copa. Allerdings auch vor Reals internationalem Höhenflug der erste französische Profi bei Real Madrid. Vorher und nachher spielte er insgesamt sieben Saisos lang für Stade Francais Paris, davon fünf Jahre in der höchsten Spielklasse. Ehe er seine Karriere beim unterklassigen Stade Raffaello Isch an der Côte d'Azur ausklingen ließ. Bei Stade Francais brachte er es von 1948 bis 1950 sowie 1953, 54 still auf insgesamt 83 Erstliga-Einsätze. Seine beste Liga-Platzierung mit dem Hauptstadtclub waren zwei fünfte Ränge. Im Landespokal-Wettbewerb erreichte er dort ein 1949 DK-Sekunden-Halbfinale. Auch in Madrid war ihm kein Titelgewinn vergönnt. Zwischen November 1947 und Dezember 1949 wurde Hon zu zwölf Länderspielen in die A-Nationalelf berufen. Auch in diesem Kreis war er ein vorzüglicher Organisator seiner Abwehr, mit Ausdauer und Spielintelligenz ausgestattet. Nachdem Frankreich in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 1950 im notwendig gewordenen Entscheidungsspiel mit 2 zu 3 nach Verlängerung am Angstgegner Jugoslawien gescheitert war, beendete er von sich aus seine Karriere bei der Equipe Tricolore Spielerstationen Sentinelle de Brinon, Union Montilien Sportive, La Fiaugrande Air Saint-Mur, Stade Francais Paris, Real Madrid, Stade Francais Paris, Stade Rafaeloisch, Trainerzeit. Erfolgreicher als während seiner Spielerzeit war er als Trainer. In Spanien trainierte er Real Celta de Vigo, Berti Sevilla und in der Saison 1965-66. Real Zaragoza. Es folgten zwei Jahre bei Olympique Lyon, mit dem er auch seinen einzigen Titel gewann. 1967 führte er Ruel in das Endspiel um den französischen Pokal, in dem seine Mannschaft dank seines blendend aufgelegten Sturmführers Fleury Dinalo gegen den FC Socho mit 3 zu 1 die Oberhand behielt. Dabei hatte Lyon im Halbfinale das Los Glück benötigt, um sich nach drei Spielen, die sämtlich trotz Verlängerung mit einem Remy endeten, gegen den Zweitdivisionär As Angoleme durchzusetzen. Im anschließenden Europapokal der Pokalsieger 1967-68 scheiterte Hans Elf nach Siegen über Aris Bonneweg und Tottenham Hotspur im Viertelfinale am Hamburger SV. Auch hierbei war ein Entscheidungsspiel notwendig geworden, und dies fand im Hamburger Volksparkstadion statt, nachdem die Verantwortlichen von Olympique sich vom HSV das Heimrecht abkaufen ließen. Diese aus finanziellen Gründen verspielte Chance auf größeren sportlichen Lorbeer veranlasste Louis Horn dazu, seinen Vertrag am Saisonende zu kündigen. Im folgenden Jahrzehnt schlossen sich Engagements bei SC O'Angers Olympique, Avignon, Paris FC, AC Ajaccio und dem FC Lorient an. Allerdings war von diesen Klubs nur der Paris FC in der ersten französischen Liga vertreten, als Horn dort arbeitete. Palmares französischer Pokalsieger 1967-1967 Leben nach dem Fußball 1978 ließ Louis Horn sich in Saint-Raphaël nieder, wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau das Restaurant L'Equipe betrieb. Kurz nach Neujahr 2008 erlag Horn dort in seinem 84. Lebensjahr einem Herzversagen. ... ... ...